Hey, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Perfect Dark. Ja, heute, 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 ganz cool, ganz cool. Solo-Vision, heute sind wir in der Air Force One. Antiterrorismus. Irgendwie passt das. Ich weiss nicht warum, aber irgendwie passt das, ja. So, wie gehabt, Spezialagent. Und unsere Missionsziele sind, finden und bergen sie die Ausrüstung, finden sie den Präsidenten, bringen sie den Präsidenten zur Kapsel, lösen sie die Verankerung des UFOs. Wow, in dem Spiel gibt es auch sehr, wow, déjà vu. Irgendwie, ja. Ähm, ja. Verzeihung. My answer remains the same. I'm sorry, Trent, but no, I won't loan the Pelagic 2 to Datadine. Now, please, can we move on to other matters? But this is a golden opportunity to show that America has faith in its industries and will back them. Dammit, man. I say no, and I mean no. I'm not gonna change my mind on this. I need my advice to be unbiased, and recently you've not been giving me the impartiality I require. Let it go, and we'll say no more. This is your last chance. As you wish, sir. My last chance? Heh. You fool. That was yours. So, da bin ich schon wieder. Ähm. Suchen wir mal nach den Beweisen. Jawohl, machen wir doch. Zugriff verweigert. Ausdruckskarte erforderlich. Hallo. Komm her, komm her. So, die haben wir erstmal ausgenockt. Ob dafür. Ja, wohin, wohin? Keine Ahnung. Ich hab die Mission gar nicht mehr im Kopf. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich hier rumgeballert habe. Ein großer. Gib mir deine Knacken. Ahaha. Wo ist er hin? Er legt sich schlafen. Erstmal hier. Gut. Hoppla. Verzau'n. Musste ich gerade ein bisschen auf. Nein, 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 nein. Jetzt da. Tschüss. Oh. Gibst du mir jetzt. Auch noch. Gute Nacht. So. Gucken. Mal hoch. Öh. Öh. No. Nope. Was fängerst du da an? Hallo? Was gibt das? Nein, gib her. So. Okay, den haben wir auch. Ich hoffe nur, ich mach das hier richtig. Ganz leise. Aha, gib her. Nein, bleib hier. Oh, oh. Oh, sorry. Wolltest du noch abschütteln? Aua. Useless, ja, gib her. Ich nehm's. Das auch, danke. Komm, du auch hier. Leg dich hin. Na, schaffst du's heute noch? Na, komm schon. Komm schon, du schaffst das. Du schaffst das, ich weiß es. Komm schon. Geht's dir nicht? Soll ich dir helfen? Komm, hier, ich helf's dir. Na, siehst du die Sterne? Sterne! In dem Flugzeug. Ja. Äh. Hallo? So. Mal gucken. Oh. Schön. Nein, ich bin kein Terrorist. Ja. Hehehe, nix da. Äh, hallo? Bleib mal hier. So. So. Komm her. Oh. So. Schlüsselkarte. Schlüsselkarte. Und wo haben wir jetzt den Brace? Oh. Nice. Meins. Hier. Oh. Meins. Nice. Ähm. Ich muss doch irgendwie hier, muss doch irgendwie finden, finden und bringen sie die Ausrüstung. Finden sie einen Präsidenten. Wo ist der Präsidenten? So gab's. Löse. Hüllen. Also, erstmal Ausrüstung finden. Wo so geil ist die Ausrüstung? Ausrüstung. Ausrüstung. Hallo. Wo bist du? Komm schon. Ich will dir nix böses. Naja. Nicht die ganze Zeit. Zumindest. Ja. Äh. Hallo? Coco? Äh. Ne. Äh. Ha. Auf. Oh. Ein Pool. Also. So. Große. Komische Badewanne. Auf jeden Fall. Nice. Runter. Fahren. Hallo. Hallo. Alles muss man selber machen. Steh auf. Ehe gehen wir noch mal runter. Oh. Oh. Ich hab ja alle Zeit der Welt. Klo. Hallo. Ausrüstung. Ausrüstung. Hier auf. Bist du bist du? Hier. Alkohol. Meine Ausrüstung. Ich geh direkt nach oben zum Präsidenten und sage, wer so gefällt, sei arsch, wer zur Fensterei bei dem. Oh. Du Panner. Meins. Ja. Was jetzt? Was jetzt? Ne? Und jetzt? Ne? Mann. Sag mal. Wo hast denn die alle versteckt? Na? Na? Hast genug? Hier. Leg dich hin. So, äh, hier. Laderaub wurde angehoben. Hm. Ah, mein Name. Ziel 1 erreicht. Na, das ist ja mal nice. So. Hier. Laderaub wurde abgesenkt. So. Ziel, das nicht bei dem, äh, bei dem Ziel stand, erreicht. Ja, ha, ha. Ähm. Ja, jetzt müssen wir hier wieder hoch. Ich renne. Ich bin so schnell wie der Wind. Äh, so. Hallo? Schnell wie der Wind. So. Geht doch. Ähm, jetzt. Präsidenten finden. Rosarama. Hm. Es Rosarama macht das ja mehr Spaß. Oh, hier. Abspann. Mhm. Mhm. Okay. Ah, ich glaub, den Typ kenn ich. Also, den Typ kenn ich bestimmt. Oh, die spielt auch mit. Boah, voll cool. Ey, das ist das beste Abspann ever. Nice. Nice. Echt. Nice. Ja, so. Genug hier. Komischer Abspann geguckt. Gehen wir rein. Gehen wir hoch. Äh. Gehen wir hoch. Wo? Wo? Wer? Wo ist der Spion? Geh mal her. Keine Kugel. Keine Kugel. Nein, komm. Nein, halt. Sitz. Fieder. Sitz. Ich sagte. Sitz. Wo ist denn hin? Na, geht doch. Da muss der ganz schön ein paar reinsammeln, bis der endlich schlafen geht. Ähm. Mr. President? Are you in here? Hello? Mr. President? I'm looking for you. Here are you. Who are you, young lady? Mr. President, you're in danger. Trent is trying to kidnap you. You can't make accusations like that without evidence. I assume that you have some. Ja. Oh. Uff. I'm in your hands. What do we do now? Ah. What the hell was that? Ha. Was wo? Also, Moment mal. Moment. Moment. Jetzt hier bin ich aber bewaffnet. Jetzt geht die Party abher. Sonst noch wer? Habe ich den jetzt gerade entwaffnet? Ich habe ihn. Ich habe ihn entwaffnet. Mr. President. Gehens in Deckung. Deckung. Oh. Digga-wit. Come on. Who's next? Oh oh. Digga-wit. Oh, ähm, den Sessel könntest du mir gerne in die Rechnung stellen, Mr. President, aber erst mal, rette ich ihr Leben. Kost es, was es wolle, aber nicht mein Leben, ja, das wäre dann zu teuer. President, komm schon, ich schieße ja gar nicht. So, hier, Rettungskapsel, Mr. President, go, 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 rein, rein hier, over here. Und, Ziel 3 erreicht. Nice. So, wollen wir jetzt, äh, die Verankerung des Ufos lösen. Oh, jeez. Vergiss es. Sonst noch wer? Na? Na? Boah, ganze Flugzeug gesäubert. Ja, ich gucke schon. Äh, hier, Z-Mine. Hup. Oh. 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 mucho. Du keinen Boss. Es für sie patrolend von Fü罐. Können Sie es wegzugehen? Jeer Angela. Secht das. Wie ist das? Was? Willst du stoppen, um zu spielen und schreien? Aus der Optionen. Joanne, grüß dich auf den Impact. Missionsziel abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Präzision, naja, könnte besser sein. Aber es hat gereicht. Ne, will ich nicht gucken. So, nächste Mission. In der nächsten Folge finden Sie den medizinischen Scanner. Aktivieren Sie das Notsignal. Eliminieren Sie den Präsidenten-Klon. Klon, ja. Orten und retten Sie den Präsidenten. Nehmen wir dann in der nächsten Folge aufs Korn. Auf die Schippe? Dann machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Alle, die regelmäßig meine Perfect-Dunk-Videos geguckt haben, wissen, was jetzt kommt. Aber ich glaube, ich habe die Waffen durch, bevor... Bevor ich... Bevor ich... Ah, ein Star-Agent. Ja, hallo, du Arschkrabler. Äh, ich expecte eine gute Show. Halt... Halt die Klappe, ja. Ähm... Ja, bist du stark, ja. Ist der stark. Just leave me alone, would you? Nein. Was jetzt? Oh, Alter. Alter, hör auf mit dem Scheiß. Das ist echt nicht mehr lustig. Ja, ich glaube, ich habe die Waffen aber durch, bevor ich die Mission durch habe. So, wo waren wir? Hier, Super-Dragon. Schwierigkeit Bronze. Punkte 450, Zeitlimit 2 Minuten. Das, äh, die schwere Variante des Dragon. Komisches Deutsch. Die Annäherungsmine wurde durch einen kleinen Granatenwerfer ersetzt. Im US-Militär hat diese Waffe klarerweise großen Anklang gefunden. Gewöhnen Sie sich im Training an die Flugbahn der Granaten. Das werden wir doch versuchen hier. Komm schon. Bam. Erstmal hier. Schöne Geballer. Oh, jetzt wird's schon ein bisschen schwieriger. Boah, zu hoch. Hallo? So. Bisschen rumgespielt. Muss ja auch mal sein. Gut. Präzision, also die Genauigkeit, die war für ein A. Aber sowas von A. Oder B. Kackt. Da hing mir das Wort im Halse fest. Wollte nicht raus. Um mein Gaumen geschlungen. Nein, nein, ich bleibe hier. Äh, klar. So. Schwierigkeit. Silber. Ziele. Neun. Zeitlimit. Zwei Minuten. Munitionslimit. Neun von neun. Das heißt dann wahrscheinlich Granaten. Mal gucken, wie sie sich verhalten. Okay. Zack. Die war total für den Arsch. So, das war schon mal was. Hier kommst du. Habe ich die hinteren erwischt. Und so. Die vorderen. Geht. Passt. 100% Genauigkeit. Will ich nicht. Drüber maulen. So. War aber auch nicht schwer. Reiß ich mir jetzt nicht das. Zerreiß ich mir jetzt nicht das Maul. Deswegen. Ziele. Fünf. Zeitlimit. 30 Sekunden. Munitionslimit. 60 und vier. Wahrscheinlich Granaten. Also fünf Ziele. 60 Schuss. Verflucht. Jetzt reicht's mir. Nein. 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 Ich habe erst ein Ziel zerstört. Ich könnte kotzen. Aha. Die kann ich wahrscheinlich dann nur mit Granaten zerstören. Toll. Dürfte mir ruhig auch mal jemand zahlen. So. Hier. Komm. Jetzt war schon wieder so ein Scheiß. Äh. Das schaffe ich aber gar nicht zu zerstören. Wo ging die hin? Wo ging denn die hin? Na toll. Einfach toll. Dimitri hat gut geschossen. Zeit abgelaufen. Das war total für den Arsch. Aber total. Komm schon. Das muss doch irgendwie zum Packen sein hier. 1. 1. Ich glaube aber die hinteren werden ziemlich schwerer. Nein. Du willst mich doch verarschen hier. Wo ging die wieder hin? Jawohl. Das hat man eigentlich ziemlich schnell zerschossen. Das heißt die anderen muss ich dann wohl mit Granaten machen. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Wenn ich mich so bescheuert anstelle. Und wie soll ich die hinteren kriegen? Okay. Das haben wir. Wie soll ich die am Hintern kriegen? Wie bitte? Du willst mich doch verarschen. So. Die hinteren beiden sind da. Feier. Ah. Okay. 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 Da wäre es natürlich schon ein bisschen einfacher, wenn man auf den Boden schießen würde, bevor es direkt da rankommt. Jetzt habe ich das Prinzip auch verstanden. Ich hoffe es doch. So. Äh. Hier. Na was jetzt? Okay. Muss man noch ein bisschen üben. Passt. Dasselbe hier. Gucken, ob das den haut. Jawohl. Und da hinten. Was war das? Ungefähr so. Ich glaube so. Feuer. Ja. Toll. Leck mich fett. Ist das scheiße. So, dann warten wir kurz. Das in der Mitte ist ja kein Problem. Das haben wir ja. Ratz, fatz weg. Was zum? Fuck. Okay. Nice. Ein Volltreffer. Also zählt. Einhändig gefeuert. Das passt super. Oh, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Brat mir einer an Storch. Mit schön fett Knoblauch drauf. Ja. Ja. So. Und hier. Selber nochmal. Ja. So. Und jetzt hier. Komm schon. Komm schon. Ja. Sogar beide erwischt. Cool. Jetzt hier. Bloß keinen Scheiß machen. Bloß keinen Scheiß machen. Lass dir Zeit nehmen. Du hast noch 3, 2, 1. Nein. Nein. Warum? Nein. Hast dir Zeit nehmen. Du hast noch 3, 2. Haha. Verkackt. So. Hier. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So ist nice. So. Hier. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jawohl. So. Hier. Komm schon. Jawohl. So will ich hier auch noch. Komm schon. Nein. 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 Das geht zu weit. Das geht zu weit hier. Himmelarsch. Komm schon. Es gibt es doch nicht. Mal gucken. Geht das? Nö. Die explodieren also nicht. Aber jetzt sind sie angeknackst. Ist das was? Ich sollte vielleicht noch treffen. Ich reiße gleich die Bude auseinander. da. Aber echt der Teil. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Feuer. Jawohl. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jawohl. So. Hinten. Komm schon. Und. Feuer. Und selber hier. Komm schon. Komm schon. Feuer. Ja. 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 Komm. Gib ihm. Ja. Wie geil ist das denn. Bitteschön. Ah. So. Das hätten wir. Und ich habe sogar noch Zeit für die Schrumpflöte. Die machen wir auch noch. Schwierigkeit. Bronzer. Punkte 42. Zeitel mit 2 Minuten. Subtilität zählt hier nicht. Subtilität. Also. Ja. Mal beschriftlich. Zählt hier nicht. Zwei Modi stehen zur Verfügung. Einfacher Schuss und Doppelschuss. Das Magazin ist relativ groß. Die Ladzeiten jedoch eher lang. Mich juckt's an der Nase. Machen wir direkt Doppelschuss. Bam. Und. Bam. Und. Bam. Und. Oh oh. Komm schon. Was ist das? Haben genug Punkte geholt. Passt. So. Schrumpflöte. Silber. Ziele. Neun. Zeit. 30 Sekunden. Das wird scheiße. Ah ne. Das wird cool. Reicht ein Schuss auch? Okay. Das. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Komm schon. Komm schon. Bist du mal fertig hier? Oh. Das wär knapp. Nein. Nein. Ja. Ja. So. Und. Die Goldstufe. Meine Lieblingsstufen. Ja. Ich muss mir ein bisschen gerade hinsetzen. Punkte. 170. Zeitlimit. 20 Sekunden. Munitionslimit. 30 Schuss. Patron. Granaten. Whatever. ever. Nein. Okay. Ich schalte hier mal auf Doppelschuss. Kann ich nämlich mehr Punkte machen. Das war ja easy. Ganz easy peasy, ja. So. Das nächste Mal kommt das Snipergewehr. Dann Raketenwerfer, Armbrust, Betäubungsgewehr, Granate. Zeitzünder, Anlehrungsmine. Und Fernzündermine. Die werden ja noch richtig cool. Wow. Jetzt macht er das schon wieder, ey. Und dann erst mal fett unterm Arm riechen, ja. Na, du Penner. Wasch dir mal den Hintern, du Arsch. Noch. So. Nice. Nice. Ja. Ich glaub, dort war's. Erstmal. Für diese Folge. Toll. Das könnte direkt eine Map von Dead by Daylight sein. Mit all ihren Maps. Mmh. Nice. The Dark Room. Mmh. Perfect Dark. Na, ihr versteht. Meine Community versteht das bestimmt. So. Machen wir zu. Fahr aber hoch. Mach auf. Dankeschön. Yeah. Hier bin ich falsch. Verzeihung. Ich wollte nicht stören. Ha, ha, ha. Ähm. Ja. Hier bin ich richtig. Ah. Endlich. Loch zu. Sonst kommt der Arschkrabler wieder rein. So. Ja. Liebe Community. Liebe Leute. Liebe Abonnenten und Nicht-Abonnenten. Und wer auch gerade dieses Video guckt. Erstmal. Hallo. Und zweitens. Und tschüss. Ähm. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Vergesst nicht. Däumchen. Wenn es euch gefallen hat. Freue ich mich sehr. Freue ich mich jedes Mal wie ein kleines Kind auf dem Stuhl. Ja. Ja. Aber Daumen. Die gehen mir auch immer. Ähm. Naja. Genug von mir jetzt. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.